Ja, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Winston Official. Warum ich so gerade ein bisschen neben der Spur wirke? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Kennt man den? Chrom? Stax 102 Maglite? Maglite? Ist auf dem Kanal von Savas. So, den habe ich ja abonniert. Und wir machen ja immer Reaction-Videos von Donnerstag auf Freitag. Ich glaube, auf jeden Fall Rapsafe. Der wird nicht mega kacke sein. Das wäre auch nicht bei Esser so. Esser. Und, ähm, ja. Wir gehen rein. Das ist für mich so die Antwort auf Bushidos, äh, Aaron. Aaron? Iron, wie der heißt. Keine Ahnung. Das ist Savas' Antwort darauf. Und komm auf die Endung. Was soll die Verschwendung? Hab keine Zeit, bin gestresst. Er fragt nach meinem Perso, ich verneine direkt. Wake up, Pulli. Nimm das Ding aus meinem Gesicht. Maglite, werdet übertrieben. Bring mich auch noch vor Gericht. Haut leuchten. Ich werd wieder selbstsicher. Tausende Leute. Mach damit jetzt Geld. Den Kaffee rauchte Räume. Ich glaub, ich träume. Bewegung, so gehe ich, weil der Sound wird toll. Hat, hat was Spezielles. Hat ein bisschen was anderes. Finde ich ganz geil. Hat so ein bisschen so dieses antipolitische, rebellische, ähm, streetlastig würde ich jetzt nicht sagen, aber dennoch jetzt nicht so Öko-Rapper. Klar, den kann man das jetzt auch nicht abnehmen, weißt du. Also, no hate, aber. Ja, gut, das, äh. Ja, dieses Auto gucken aus dem Fenster hat ja Six9 revolutioniert, nachdem er, äh, The Dark Knight gesehen hat. Also, der Joker lässt grüßen. Das ist ja so. Zeigt er sich nicht, oder was? Cool, dope. Guter Shit. So, ähm, kann ich den alles so abkaufen? Richtig geil, wie sie mit Mova durch die Bahn fahren, Alter. Zumal jetzt momentan ja mega kontrolliert wird. Naja, das ist, Alter, das ist ja krank, ey. Die gehen ja schon, jetzt ist ja sowieso ab Montag alles zu. Pfff, Leute. Was ist denn ne Mac Light? Keine Ahnung, was ist das? Muss man das googeln? Mac Light, was ist das? Mac Light. Das ist ne Taschenlampe. Aha. Was dazugelernt, ja. Woher soll man das wissen? Das ist das Survival, äh, hier, Dings, hier? Keine Ahnung, Alter, wofür man die benutzt. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wofür man den Mac Light benutzt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich bin raus, euer Vince John. Peace. Hab ich was vergessen? Abo dalassen.